Wir sollen nicht viel sprechen. Und du? Ich soll viel sprechen. Wir dürfen hier nicht parken. Und du? Ich darf hier parken. Kapitel 7. Trennbare Verben. Übung 1. Beispiel. Kommen Sie mit? Nein, ich komme heute nicht mit. Nein, ich komme heute nicht mit. Nein, ich komme heute nicht mit. Und jetzt Sie. Kommen Sie mit? Nein. Nein, ich komme heute nicht mit. Kaufen Sie ein? Nein, ich stehe heute nicht mit. Stehen Sie auf? Nein, ich stehe heute nicht auf. Fangen Sie an? Nein, ich fange heute nicht an. Gehen Sie aus? Nein, ich gehe heute nicht aus. Kommen Sie zurück? Nein, ich komme heute nicht zurück. Räumen Sie auf? Nein, ich räume heute nicht auf. Rufen Sie an? Nein, ich rufe heute nicht an. Sehen Sie fern? Nein, ich sehe heute nicht fern. Übung 2 Beispiel Möchten Sie mitkommen? Ja, ich komme mit. Schöne 11 len Sie ab 5